Mit einer weiteren Meldung hier aus dem Concord Card Casino Simmering melden wir uns zurück und wir müssen festhalten, es wird so langsam zäh. 43 Spieler sind noch dabei, viele eher unbekannte Namen sind ausgeschieden, allerdings auch zwei relativ prominente, zum einen Alexander Freund, der ist nicht mehr dabei, darüber hinaus ist der Vorjahres dritte Evangelos Becherakis ausgeschieden und ein weiterer Spieler, den ihr wahrscheinlich alle kennt und mit dem führen wir jetzt ein kleines Gespräch. Christian Bauer hat es gerade zerrissen. Ich gratuliere nichtsdestotrotz zu einem starken Ergebnis. Was war es am Ende der 44. Platz? Kann man damit zufrieden sein? Noch den letzten Pager mitgenommen und immerhin noch so früh ausgeschieden, dass man den Sonntag noch spielen kann und ja, 50 left, ich glaube dritte Jahr oder so in Folge. Irgendwann könnte es mal lieber gehen, aber es ist alles okay, also hat Spaß gemacht, war ein cooles Event wieder. Irgendwo was liegen lassen oder war es die ganze Zeit irgendwie chancenlos? Ich habe dich ein bisschen beobachtet, du warst eigentlich durchgehend short? Naja, ich bin mit vier Millionen reingekommen, es war eigentlich ganz komfortabel und dann ein Flip verloren, recht früh für knapp unter 20 BB und dann steigen die Blinds ein bisschen, man hat plötzlich selber so diese unangenehme 30 bis 40 BB Phase, wo man einfach sich ein bisschen schwerer tut, Chips zu akkumulieren. Dann auch zweimal Table gebraked, erstmal neu schauen müssen, was so die Situation ist, keine Hände gekriegt und dann ja, man bleibt ein bisschen runter, verliert ein paar kleinere Pötte und dann schon ist man selber short und dann am Ende war es ein Flip, also der gute alte, ja, wie so ein Turnier läuft. Der gute alte Flip, das kennen wir alle, alles klar. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg beim Sonntag-Grind und noch eine Frage, du musst nicht ins Detail gehen, ja oder nein reicht uns aus. Hast du noch irgendwo ein, zwei Prozente mitschwimmen im Event? Äh, ne, ich glaube nicht mehr. Schade, dann hat sich das komplett erledigt für dich, oder? Ja, der ist noch vor mir raus. Alles klar. Ja, trotzdem allen Goodluck dich kennen oder auch allen, die spielen so. Möge der Glücklichste gewinnen und der Beste. Mach's gut, guten Heimweg, ciao, ciao.